Mein Kind ist erkrankt, was kann ich nun tun? Du hast die Möglichkeit, eine Pflegefreistellung in Anspruch zu nehmen. Und zwar gilt dies einerseits für nahe Angehörige, das heißt für die Eltern, für die Großeltern, wenn das Kind erkrankt ist und umgekehrt auch für die eigenen Eltern, für die Großeltern, wenn diese erkrankt sind. Das Gesamtausmaß ist eine Woche. Weiters gilt die Regelung, dass man nun ab 1.11.2023 auch für alle Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, eine Woche Pflegefreistellung in Anspruch nehmen kann. Wenn dein Kind nochmals erkrankt, hast du auch noch eine weitere Woche Anspruch auf Pflegeurlaub. Das heißt insgesamt somit zwei Wochen pro Arbeitsjahr. Dazu darf das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht überschritten haben. Und es ist aber in diesem Fall auch kein gemeinsamer Haushalt notwendig. So könnt ihr zum Beispiel bei getrennt lebenden Elternteilen sowohl der Vater als auch die Mutter eine zweite Woche für das Kind in Anspruch nehmen.